Zweiter Platz und dann nur ein paar Hunde sind dahinter. Wie groß ist die Freude? Ja, also jetzt ist die Freude schon sehr, sehr groß. Am Anfang war natürlich ein bisschen, habe ich gegagert über die 800. Aber das ist normal. Ich meine, ich bin Rennfahrerin. Mein Ziel ist zu gewinnen. Und ja, ich bin trotzdem sehr, sehr froh und glücklich, dass es jetzt wirklich sehr knapp auf die TINA geworden ist. Auch wenn die anderen Rennen anders ausgeschaut haben. Und ich denke, ja, ich bin auf dem richtigen Weg jetzt wieder. Wie du unten im Ziele warst, hast du gedacht,